Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 29.600 US-Dollar. Gestern gab es kein Update-Video, es ist aber auch ehrlich gesagt nicht wirklich viel passiert. Außerdem war ich auf Reisen jetzt wieder im gewohnten Office. Ihr seht's, alles wieder normal, sag ich mal. Und ich würde sagen, wir starten jetzt sofort durch. Lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, um nichts mehr zu verpassen. Und wie gesagt, momentan bei ungefähr 29.600 US-Dollar. Wir sind weiterhin übergeordnet hier in unserer riesigen Range. Wir haben es bisher noch nicht wirklich geschafft, ein richtiges Breakout zu sehen. Wir hatten unser Symmetrical Triangle, wo wir immer wieder gesagt haben, wir sind ausgebrochen nach oben hin, nach unten hin. Immer diese Fakeouts. Deswegen bleibe ich momentan bei dieser Range. Ich bin weiterhin Long gerichtet, beziehungsweise bin hier unten in die Long-Position rein, bin da mal kurz Short gewesen. Also man kann diese Range sehr gut traden, immer wenn wir oben an diese Punkte kommen, Short gehen, unten dann wieder. Oder beziehungsweise ziemlich in der Mitte dann einfach wieder ein bisschen Profite nehmen oder Stop-Loss-Entry. So funktioniert momentan die Range. Und das ist jetzt schon seit Anfang Mai. Also es hat sich echt wenig getan zuletzt. Ich erwarte trotzdem jetzt in den nächsten Tagen auf jeden Fall wirklich mal eine richtungsweisende Entscheidung. Weiterhin bin ich erst einmal dafür, dass wir hier nochmal runtergehen. Mittelfristig oder kurzfristig, das ist so die Frage. Nachdem wir hier oben noch unseren wichtigen Bereich zwischen 33.000 und 34.000 US-Dollar haben. Warum ist der wichtig? Einerseits, weil hier unser Golden Pocket von unserer Abwärtsbewegung hoch. Können wir nochmal einzeichnen. So, wo ist es? Da. Unser Golden Pocket von dieser Abwärtsbewegung hier haben wir ungefähr 34.000 bis 35.000 US-Dollar. Dieses Hoch könnten wir noch abgrasen, zumindest vorläufig, um den Markt nochmal ein bisschen bullisch zu stimmen. Sobald wir das abgegrast haben und hier vielleicht wirklich nicht maximal über das 0,786 darüber hinaus kommen, Fake-Out nach oben und dann könnten wir wirklich nochmal diesen Bereich zwischen 24.000 und 25.000 US-Dollar sehen. Das ist weiterhin meines Erachtens die wahrscheinlichste Variante. Einfach um die Leute wieder ein bisschen bullischer zu stimmen, ein bisschen mehr Long-Positionen in den Markt zu kicken. Weil momentan hält sich das so ein bisschen die Waage. Also die Stimmung ist ein bisschen, ich sag mal, angeschlagen. Was man so in Gruppen und sowas liest, immer so, ja, sind wir jetzt in einem Bärenmarkt und so. Das wäre jetzt nochmal die perfekte Möglichkeit, einfach um ein paar zu triggern. Hier oben liegt auch mittlerweile der SMA, der 200 E-Mail. Also auch gute, sag ich mal, Möglichkeiten, um den Markt ein bisschen wrecked zu machen, wie ich so schön sage. Deswegen, das ist so momentan für mich die wahrscheinlichste Variante. Jetzt ist Donnerstag, es geht wieder Richtung Wochenende. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns heute Abend nochmal ganz genau alles an. Im Livestream, 19 Uhr, wie immer, jeden Donnerstag. Gut, letzte Woche ist ausgefallen aufgrund Urlaub, aber heute Abend wieder um 19 Uhr. Können wir nochmal ein bisschen intensiver drauf eingehen. Auf jeden Fall, das ist so die Variante, die ich einfach sehe, dass wir hier nochmal hochkommen. Wir brechen die Range, bestätigen die vielleicht möglicherweise nochmal, gehen dann ins Golden Pocket, werden dann hier rejected und gehen dann wahrscheinlich nochmal nach unten. Einfach, weil dieser Liquiditationsbrick hier unten einfach mit diesen ganzen Long-Positionen vollgefüllt ist. Ihr glaubt doch nicht, dass die ganzen großen Market-Maker die Chance geben, jetzt über Wochen oder, ja, sind schon Wochen, kann man eigentlich sagen, die Möglichkeit geben, hier große Long-Positionen aufzumachen mit einem Stop-Loss hier unter dieses letzte Tief, weil wir haben ja gelernt, hier unten liegen die Stop-Losses. Deswegen gehen wir ein bisschen weiter tiefer. Und ich sag mal so, 15 Prozent, Dreierhebel kann man sich in eine gute Position aufbauen mit einem Stop-Loss und dann irgendwann wird man wrecked, weil man seinen Hebel doch ein bisschen zu eng gemacht hat. Und dann kommt diese Kapitulation und dann können wir wirklich gesund wieder nach oben hin steigen. Das ist so momentan mein Plan, das ist einfach das, was ich momentan eher so ein bisschen sehe. Was so am wahrscheinlichsten ist, einfach Range brechen nach oben, dann ein bisschen mehr Long-Positionen in den Markt, diese dann wieder nach unten hin wrecken. Und auch dann Shorts dann von unten und dann können wir wieder vielleicht nach oben starten. Ist einfach momentan das wahrscheinlichste Szenario, weil wir einfach sonst keine Impulse haben. Ihr seht einfach die Seitwärtsphase auch auf dem Daily-Chart. Ändert sich nichts, eher sogar noch ein bisschen mehr Downtrend, was wir hier erkennen können. Wir bilden überhaupt keine höheren Hochs, wir sind einfach weiterhin down gerichtet. Höhere Tees möchte ich hier mal ausschließen, einfach weil hier einfach diese Range entscheidet, beziehungsweise diese grüne Support-Box uns weiterhin hält. Ansonsten nach unten hin, Support-Boxen bis 24, 25 und der Monats-S3 auch Volumen abnimmt. RSI, könnte man sagen, okay, wir hätten so eine Hidden Bullish Divergence, einfach weil wir tiefere Tiefs bilden, aber hier wiederum höhere Hochs. Aber ist ein bisschen zu früh gegriffen, finde ich, weil einfach Seitwärtsphase überwiegt. Gut, schauen wir uns die Firium an, aber nicht auf dem Daily, da nehmen wir einfach wieder einen 4-Stunden-Chart. Auch hier ist weiterhin dieses Szenario, dass wir hier auf jeden Fall nochmal nach unten hinkommen. Sehr, sehr wahrscheinlich, auch wenn wir ungefähr, sage ich mal, das gleiche Chart-Pattern. Wir könnten jetzt kurzfristig sagen, okay, wir nehmen jetzt das FIP-Level, da wurden wir schon mal rejected. Deswegen erstes Ziel ist auf jeden Fall die 2.183 US-Dollar rauszunehmen. Das nächste Ziel wäre dann hier übergeordnet bei ungefähr 2.500 US-Dollar. Würde dann bei Bitcoin auch passen, 34, 35K. Wir ziehen dann auch bei Ethereum ein bisschen hoch, racken hier ein paar Shorts, um dann wieder nach unten hinzugehen und hier diese Liquidität einfach hier unten in diesem Bereich bis ungefähr 1.600 oder 1.570 US-Dollar abzuholen. Hier ein bisschen konsolidieren, um dann vielleicht hier ein erneutes Run-Up zu starten. Das ist einfach momentan das wahrscheinlichste Szenario, einfach weil der Markt sonst nichts hergibt. 4 Stunden E-Mail-Rubans weiterhin Widerstand. Auch hier deutliches Zeichen dafür, dass wir uns in einem Downtrend befinden. Gibt wenig zu sagen. Klar, das Volumen ist jetzt immer mal wieder bei so kleineren Abverkäufen immer ein bisschen höher, aber solange unsere Support-Zone hier hält, die wir jetzt auch wieder angetestet haben, ist noch alles okay. Danach sieht es dann relativ übel auf. Danach hätten wir das nächste Support-Level bei ungefähr 1.846 US-Dollar. Und danach geht es los, um den WIG zu füllen. Und da wären wir dann halt schon bei den 1.700, 1.600 US-Dollar, wo die ganzen Stop-Losses von diesen ganzen Long-Positionen, die hier in diesem Bereich eröffnet wurden, liegen. Deswegen einfach abwarten. Momentan bringt es nicht mehr als die Range zu traden. Auch hier könnte man theoretisch wieder Long gehen. Mit einem engen Stop-Loss natürlich. Also jetzt nicht hier einen riesen Hebel aufmachen mit einem Stop-Loss da unten. Wirklich nur innerhalb dieser Range kurz drunter, sodass ihr nicht unbedingt gleich wrecked werdet. Und dann nach oben hin wieder einfach schließen. Also mehr kann man momentan in solchen Ranges nicht machen. Wichtig ist, entweder brechen sie nach oben oder nach unten. Dann möchte ich aber mindestens ein 4-Stunden-Close drüber sehen, wenn nicht sogar ein Daily-Close. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass wir hier ein 4-Stunden-Close drüber kriegen. Aber wirklich ein Candle-Close drüber. Weil nicht nur ein WIC, so wie wir hier zum Beispiel hatten, WIC drüber, der dann wieder abverkauft wurde. Es muss wirklich ein Close, wirklich über dieses letzte signifikante Hoch sein. Mindestens über die 2100, ich sag mal 73 US-Dollar. Dann können wir möglicherweise von einem Breakout reden. Aber dann muss natürlich auch das Volumen passen. So, schauen wir uns XRP noch gleich dazu an. Auch hier Breakout aus unserem Symmetrical Triangle. Aber ihr seht schon, was ist das für ein bescheidenes Breakout. Kein Volumen in den Markt gekommen. Immer jetzt ein bisschen Konsolidierung. Deswegen nehmen wir das raus. Dieses Preisziel ist für mich jetzt ehrlich gesagt irrelevant. Wir sind unter den 4 Stunden neben den Ribbons. Zeigt uns für uns weiterhin, wir sind in einem Downtrend. Wir sind auch weiterhin in einem Downtrend, weil wir keine höheren Hochs bilden. Also das zählt auf jeden Fall. Das kann man auf jeden Fall so nehmen. Aber als Symmetrical Triangle bin ich ehrlich gesagt momentan kein Fan mehr. Auch hier gilt für mich eher übergeordnet. Diese Range muss gebrochen werden. Mit einem Hoch über 0,45 Dollar. Wo wir ein 4-Stunden-Close oder sogar ein Daily-Close drüber kriegen. Und dann kommt auch hier dieser letzte Tiefpunkt, den wir erstmal überwinden müssen. Trotzdem übergeordnet hier aufgrund dieses krassen Volumens auf dem 4-Stunden-Chart. Dieser WIG hier drüben. Der wird früher oder später wahrscheinlich wirklich noch gefüllt. Das heißt, bitte nicht überhebelt jetzt rein. Klar, auch hier können wir erstmal so eine Gegenreaktion nach oben hin sehen. Können uns auch hier gerne mal kurz das Fibonacci Retracement Level noch dazu anlegen. Mit dem WIG nach unten. Und da seht ihr dann, okay, bis 0,54 US-Dollar oder knapp 0,55 Dollar je nach Börse. Könnten wir auf jeden Fall noch oben steigen. Auf einen 4-Stunden-Chart. 200 SMA, 200 EMA liegt auch in diesem Bereich hier oben. Also könnte wirklich interessant werden. Und dann wurde es sich noch gewünscht. Polkadot habe ich natürlich nicht vergessen. Ich habe in die Kommentare durchgelesen. Wenn ihr irgendwelche Alt-Convention habt, schreibt es unten gerne in die Kommentare. Ich lese mir das immer durch und suche mir dann immer 1, 2 raus. Die ich da noch zusätzlich analysiere zu dem Allgemeinen. Denn auch hier 4-Stunden EMA-Ribs, deutlicher Widerstand nach unten hin. Haben wir eine schöne Supportzone, sage ich mal, gebildet. Aber auch hier ein paar WIGs, die auf jeden Fall noch gefüllt werden müssten. Die Seitwärtsphase sieht hier ein bisschen anders aus, sage ich mal. Ein bisschen mehr so im unteren Drittel. Wo wir uns hier momentan ein bisschen aufhalten. Trotzdem, gleiches gilt auch hier. 7,30 Dollar dieser WIG hier unten mit deutlich Aufkaufvolumen. Könnte früher oder später noch gefüllt werden, sobald diese Range hier bricht. Ist der nächste Support bis ungefähr 8,20 Dollar. Und dann ist es wirklich nicht mehr weit, um dieses Stop-Losses hier unten auch noch zu holen. Volumen im Keller. RSI ist noch relativ normal. Also auch hier können wir nicht sagen, dass wir jetzt irgendwelche Divergenzen oder sonstiges haben. Wo wir sagen können, okay, Trendwende könnte jetzt eingeläutet werden. Gut, kommen wir zu den News. Und zwar, News gibt es keine momentan. Könnt ihr schauen. Ansonsten, wenn es irgendwas gibt, werde ich euch natürlich in der Telegram-Gruppe auf den Laufenden halten. Wie gesagt, heute Abend, 19 Uhr Livestream. Ich freue mich wieder drauf. Schönes, entspanntes Stündchen über Altcoins quatschen. Über sonstige Fragen von euch quatschen. Freue ich mich auf jeden Fall. Wir hören uns auf jeden Fall morgen früh wieder. Ganz gewohnt zu einem Update. Läuft jetzt wieder alles regionell ab. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Lasst dem Video ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wir hören uns auf jeden Fall heute Abend wieder. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.